Oh, 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 der Higgenberg. Der Barde! Oh, oh, der König! Der König! Der König, jetzt haben wir Probleme. Wie geht es euch? Mir geht es, ähm, die Frage ist, wie es mir geht, nachdem ich euren lieblichen Klängen lauschen durfte. Wann wird mir denn die Ehre zuteilen? Ja, mein Schild, ich habe ein Anliegen. Ich wollte, dass die beiden ein Lied singen, aber die müssen das Wort Arschbohrer drin haben, aber die wollen dafür 50 Thaler. Nee, 100 Thaler sogar. Und ich habe nicht so viel. 100 Thaler? Ich gebe den beiden etwas, was wertvoller ist als jeder Thaler dieser Welt. Aufmerksamkeit von euch, Aufmerksamkeit. Nee, diesen königlichen Handschlag. Oh, habt ihr einen? Ja, nee, schön. Das mit dem Arschbohrer machst du, dein Rotzeplotz. Ja, ich mache das mit dem Arschbohrer. Nee, das ist nicht mein Wort, da komme ich nicht. Haha. So höre das Lied, das Lied, was ich sing, von einem Gerät, was gleich kommen mag. Ein Gerät. Oh, ein Gerät, das so wunderschön wird. Es ist der Arschbohrer, der dich gleich penetriert, wenn du nicht die Wahrheit sprichst und gleich etwas kassierst. Es ist der Arschbohrer. Ja, ich mache das Lied, das ist der Arschbohrer. Ja, ich mache das Lied, das ist der Arschbohrer. Es ist der Arschbohrer. Das war's für heute. So höre das Lied, das Lied, was ich sing Von einem Gerät, was gleich kommen mag Ein Gerät, oh ein Gerät Das so jung, was schön wir tun Es ist der Haarspor, der dich gleich benötiert Wenn du nicht die Wahrheit sprichst und gleich wird was kassiert Haarspor, Haarspor, Haarspor Haarspor, Haarspor, Haarspor Ja, das sind das Sieg vom Arschbohrer. Das war eine Romantik. Ja. Wundervoll. Ach, so soll euer Lohn verdoppelt werden. Hier habt ihr noch einen königlichen Anschlag. Oh, danke eurem Königin. Ich danke euch auch sehr, ja. Ich glaube es nicht. Ein zweiter Anschlag. Wundervoll. Höfstleterdorf, die mit 2-4-2-2-4-4-4-4-4-4-4-4-4-3-4-5-4-4-4-5-4-4-5-4-4-4-4-4-4-6-5-4-5-4-4-5-4-4-4. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020